Heute beantworte ich die Frage, wie melde ich eine Gruppe für das ChristiWell an? Die Gruppenanmeldung für das ChristiWell erfolgt dezentral. Das heißt, jede und jeder aus der Gruppe meldet sich eigenständig über die Online-Anmeldung an. Um eine Gruppe anzumelden, muss zunächst die Gruppenleitung eine Gruppe erstellen. Das erfolgt über die Auswahl im Feld Anmeldekategorie. Die Gruppenleitung vergibt einen Gruppencode nach einem vorgegebenen Muster und gibt an, wie groß die Gruppe etwa sein wird. Außerdem entscheidet die Gruppenleitung, in welcher Unterkunft die Gruppe untergebracht sein wird. Wenn die Gruppenleitung die Anmeldung fertiggestellt und damit die Gruppe gegründet hat, können sich mit Hilfe des Gruppencodes weitere Gruppenteilnehmende für diese Gruppe anmelden. In der Bestätigungsmail erhält die Gruppenleitung einen Link, mit dem sie ganz einfach Leute in die Gruppe einladen kann. Dafür einfach den Gruppenlink aus der Bestätigungsmail verschicken. Die Gruppenteilnehmenden müssen dann einfach nur auf den Link klicken, in der Anmeldekategorie GruppenteilnehmerIn auswählen und dann erscheint die Gruppennummer automatisch im dafür vorgesehenen Feld. Alternativ kann der Gruppencode selbstverständlich auch so weitergegeben werden. Um einen Überblick über alle Teilnehmenden der Gruppe zu bekommen, könnt ihr einfach auf den Link Alle Mitglieder der Gruppe sehen klicken. Euch wird dann eine Übersicht angezeigt. Viel Spaß bei der Anmeldung für das Christabel 22!